hallo leute und willkommen zu einer neuen aufnahme slash ausgabe von minecraft let's game so also letztes mal waren wir dran am xp farming aber ja wir sind immer noch nicht level 30 ist natürlich ein bisschen schade da ich gerne diese diesen upgrade da holen will dieses haltbarkeit 4 war das denke ich ein upgrade ich denke mal ob er immer noch vorhanden ist weil eventuell wenn man die welt neu startet verschwindet er dann kann ich ja so tieten hier mehr upgrades neu holen sozusagen also die ich haben will gerne unter was gibt es im angebot haltbarkeit 3 willst du bist du so mager vielleicht war es auch damals haltbarkeit 3 ich weiß es nicht mehr könnte auch sein könnte auch sein ja 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 ich denke damals war auch haltbarkeit 3 also haltbarkeit 4 ist maximal aber haltbarkeit 3 ist auch gut ja und ja haltbarkeit drei wenn ich dann halt aufs diamantschwert an weil es hatte schärfe vier und dann halt dreimal so lange denke ich mal oder so oder auch nicht ich weiß es nicht hier fehlt der glowstone ich habe ja ohne ende close doch ein richtig 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 kann ich jetzt verbauen gut da ich mich erinnert habe kann ich jetzt bauen so eigentlich was ich ansprechen wollte es gibt ein neues video auf youtube über youtube behalt ja eine produktion von youtube also youtube hat selber gemacht halt und er wird halt über youtuber erzählt über ihr leben und so trallala alles drum und dran und ja schönes video gut geschnitten alles trallala trallala aber was mich abfuckt was mich auch andauernd an diesen youtube abfuckt also nicht an allen aber den meisten ist dass sie einfach nur andauernd lügen also jetzt hübschübungen die dann hört die lüge doch natürlich lügen die zum schritt zum beispiel eine große lüge ist es Also, die sagen immer, ja, also von YouTube kann man hier leben, aber ihr wisst ja, wir sind ja nicht so reich und so, ihr wisst ja schon, ja, ja, müsst ihr ja wissen, also unser Budget ist ja nicht so groß und ja, man kann davon leben und so und tralala, ja, ist klar, das sagen sie andauernd, wisst ihr, das fuckt mich ab. Wieso nicht einfach sagen, wir haben ohnehin eine Kohle, fertig, bam, das werde ich vollkommen nachvollziehen, verstehen, weil das ist auch so, ein normaler YouTuber mit einer Million Abonnenten verdient im Durchschnitt, ja, oh, wieso mache ich das einfach nicht da oben rein, weiß ich gar nicht, so im Durchschnitt 30.000 Euro im Monat, nicht im Jahr, sondern im Monat, ja, das sind, keine Ahnung, wenn man so hochrechnet, mit 360.000 im Jahr, ist natürlich ein Batzen Kohle, es gibt natürlich auch andere YouTuber, die mal locker im dreistelligen Bereich verdienen im Monat, das ist natürlich dann auch ganz fein, aber wieso nicht einfach sagen, ja, ich habe ohnehin eine Kohle, weil zum Beispiel, ich habe mir mal, also, ich guckte nicht, die Unge, da war ja dieses Problem da mit Mediakraft und so, mit dem, tralala, da hat er sich ein bisschen gehypt und so, tralala, in einer ganzen Geschichte, das hat er auch gemacht und er wusste, dass Mediakraft gegen ihn nicht gehen würde, also, beziehungsweise, ja, kein Bullshit machen würde, wenn er das öffentlich sagt, weil auch wenn in seinem Vertrag steht, er darf das gar nicht, wird Mediakraft da nichts machen, weil die wollen halt keine Feinde sich machen und die wollen halt nicht, dass ihre Investoren weggehen und die anderen YouTuber noch kündigen, ja, ihr wisst ja schon Bescheid, so, auf jeden Fall, dieser Unge, der ist jetzt irgendwie auf Weltreise und so, da ploppt mir mal seine Videos auf, weil er mal YouTube schön cool bezahlt, damit die Videos von ihm angezeigt werden, ja, ja, ihr wisst ja schon, ähm, ja, und wisst ihr, was er ganz dreist gesagt hat, ja, also wisst ihr, diese ganze Fahrt, die ist ja nicht so billig, ja, da habe ich angespart, so, 2000 Euro, vielleicht ein bisschen mehr, oder so, keine Ahnung, habe da ganz lange Geld gespart und jetzt, ähm, ja, habe ich mal vor, so, äh, auf eine Fahrt zu gehen, Alter, wisst ihr, da, da, da wollte ich einfach nur so, äh, Kopf gegen Wand machen, naja, beziehungsweise, ihn, äh, Face und Table, ihr wisst, äh, bestimmt nicht, was ich damit meine, ist mein berühmter Trick, dann nimmst du so einen Kopf und dann schlägst du ihn gegen den Tisch und dann, klatsch, und dann tut's wie, oh, scheiße, jetzt habe ich ein Busstück gebaut, ja, auf jeden Fall, Junge, der hat, äh, der hat selber gesagt, ich habe einen Account, also den alten Account von ihm, ich weiß nicht, wie der heißt, irgendwie, keine Ahnung, ich, ich gucke ihn, ich gucke ihn auf jeden Fall nicht, weil, ja, als, äh, Lügner, YouTuber, ich mag, ich mag generell keine Lügner, also ich hasse Lügner, ich hasse selber auch zu lügen, ähm, also ich versuche mit euch, äh, so ehrlich wie möglich zu sein, also wo ich ehrlich sein kann, mache ich's auch, ja, ja, und, äh, der hat, der, der hat erzählt, sein alter Account hat 30 Millionen Views im Monat gemacht, etwa ein, falls man so umrechnet, das stimmt auch, äh, sag ich euch, also ungefähr, denke ich mal, ich weiß gar nicht, ja, das sollte stimmen, auf jeden Fall, ähm, dass, äh, etwa, ich weiß gar nicht, also, äh, ich verdiene, ich verdiene generell noch mit YouTube eigentlich gar nichts, deswegen kann ich's nicht wirklich sagen, aber, aber ich denke, das stimmt auch, dass 1000 Views etwa 1 Euro sind, sogar 2 Dollar, also ein bisschen mehr, halt, so 1,5 Euro oder so, oder 1,8 Euro, ähm, und wenn man das umrechnet, kommen da diese 30.000 Euro im Monat hin, ja, und jetzt hat er seinen alten Account, jetzt hat er seinen neuen Account, und auf beiden Accounts macht er jetzt reichlich Kohle, das heißt, er verdient schon, äh, tippen wir mal so auf 50.000 Euro im Monat, und dazu ist es ganz reich zu sagen, ja, also ich bin ja nicht so reich und so, trala, Junge, du machst eine Weltreise, mit 2.000 Euro oder wie viel du da hast angespart, äh, kommst du never aus, egal, wie viel du ansparst, mit 2.000 Euro kannst du nicht eine Weltreise über, keine Ahnung, über Monate machen, das geht einfach nicht, auch wenn du im billigsten Hotel wohnst, allein schon der Flug dahin, ey, ist mit dem Flugzeug geflogen, ja, okay, mit dem Schiff dahin zu fahren, wird, denke ich, teurer sogar sein, kostet schon, denke ich mal, 500 Euro, mindestens, mindestens, also wirklich mindestens, über den Atlantik zu fliegen, ich denke, da ist der Atlantik, ich weiß es nicht genau, aber ich denke, da ist der Atlantik dort, kostet mindestens schon 500 Euro, und er hat ja nur noch 1.500 übrig oder so, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt, dass er 2.000 Euro hat, äh, habe ich irgendwie so im Gedächtnis, äh, verbessert mich, falls ich falsch liege, ähm, also da kommt er gar nicht aus, also, das, deswegen gucke ich ihn auch gar nicht, weil er einfach nur so, ah, lügt, und, äh, das mag ich halt nicht, ich will, nee, 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 ich muss das, ich muss das alles verkraften, oh, jetzt fehlt mir ein Stein, jetzt muss ich gleich ein Stein kraften, oder, nö, mache ich später, was, ah, ich wollte Holz besorgen, richtig, ich brauch Holz, ähm, ich brauch, ich hab nur ein bisschen Zucker, oder das gut, nein, so, Klatsch Bam, machen wir erstmal so, klatsch So, und das finde ich einfach nur kacke Und das wollte ich halt einfach mal Angesprochen haben, oder wie man das So sagt Um euch mal die Problematik der ganzen YouTuber, also der großen Zumindest so mal Zu schildern, zu zeigen Zu sagen, natürlich bin ich ein kleiner YouTuber und mich Hören nicht zu viele Leute Und so, aber ich wollte es einfach mal Gesagt haben, für euch, also Für die Zuschauer, die mich schauen Zumindest Ihr werdet dann die Wahrheit wissen, weil Alle verschweigen das und danach kommt dann mal Ein großer YouTuber, ja jetzt reden wir Über Kohle, über YouTube Money Und so, und dann reden sie Und reden sie, und reden sie um den Brei Und dann kommen sie nie auf so richtige Ergebnisse, und auch wenn jemand So versucht auf Ergebnisse zu kommen Dann redet er immer noch um Den Brei, und dann wird ich sagen, komm Jetzt komm auf den Punkt, jetzt komm auf den Punkt Nein, mach da nicht Am Ende des Videos Bist du genauso schlau, wie wenn du es nicht geguckt hättest Es ist immer das gleiche Es ist immer das gleiche Wo habe ich die Achse, da habe ich die Achse Okay, jetzt gibt es ein bisschen Holz Oder Oh, ich klicke mir Effizienz 4 raus Brauche ich jetzt gar nicht gerade Wenn es nacht ist, gehe ich mal wieder auf Monsterjagd Das wird, denke ich, nacht langsam Und ja, und dann wird man halt von den ganzen Videos nicht schlauer Und hier kassieren Klicks ohne Ende wegen so einem Namen YouTube Money, wie läuft das ganze Ding zum Beispiel Oder so Oder Aufklärung YouTube Mit YouTube Geld machen So geht das Oder was weiß ich was Und ja, okay, so geht das Gibt es genug Videos, dass jeder weiß, wie das ungefähr läuft Aber so viel verdienen YouTuber wirklich Und dann klicken halt die Leute drauf Und ich klicke auch da drauf Auf solche Banner Dann hoffe ich doch Ach komm, du sagst doch bitte mal die Wahrheit Oder so Und dann im Endeffekt kommt nur Gar nichts Die reden und reden und reden Und das, ja Das ist einfach scheiße Das ist halt hier so In der YouTube-Szene oder so Alle verschweigen einfach allen die Wahrheit und so Und ich weiß auch gar Ja, es steht natürlich im Vertrag Denke ich ja so Viele sagen Ja, in meinem Vertrag steht Ich darf das nicht sagen Ich sag jetzt auch nicht Ja, ich hab so viel Und so viel Geld verdient Und so mit YouTube Was weiß ich was Also Ich hab ja jetzt auch schon Ein paar Centis Verdient oder so Keine Ahnung Aber Ja, das sag ich auch nicht Und ich find Bei meinen Cent lohnt es sich auch gar nicht Aber zumindest zu sagen Ja, also Ich kann damit Ganz easy mein Leih finanzieren Und so Und nicht Ja Einige sagen das auch Ja, also wir leben nicht arm Ja, was heißt nicht arm Man kann auch nicht arm leben Weil Zum Beispiel die Ape Crimes Die haben sich denke ich Eine dicke Richtig dicke Dicke Wohnung Gemietet oder so Und da ist Ist natürlich Also die guck ich zumindest Also so teilweise Zum Beispiel Let's Row Und so guck ich gar nicht Das ist immer das gleiche Und das wird immer schlechter Und dieses Was ging die Woche Ja, vielleicht lohnt Vielleicht da mal zuzuhören Es lohnt sich noch Aber der Rest ist scheiße Äh War Insta Battle Was ist das Ich weiß gar nicht Was das ist Also Ich war noch bei der ersten Folge Wo das eingeführt wurde Dabei Und ab da hab ich einfach gesagt Nö So Ist Ende Diesen Scheiß guck ich nicht mehr Weil Es wird immer schlechter Einfach Also Die schreien herum Natürlich ein bisschen Manchmal ist es lustig Da Und tralala Zum Beispiel Das neue Format 2G1B Finde ich voll cool Also 2 Guys 1 Bad Also da Wetten zwei Typen Und danach Wer halt verliert Ähm Muss eine Bestrafung Ausführen Und so Aber Jetzt kommt das Aber Die ersten vier Folgen Oder so Die fand ich noch ganz cool Also so Bestrafung Äh Die Schamhaare Sich abreißen Mit so einem Wie heißt den Dinger Weiß ich gar nicht Also du wirst so An den Beinen Nicht reißen So mit diesen Klebestreifen Abreißen Das fand ich noch ganz lustig Oder Nackt Äh Eine Pizza bestellen Und dann Ja Hat einer halt Nackt Eine Pizza bestellt Und dann kam Da Postbote Und so Ja Haben natürlich Den Postbote Nicht gezeigt Nur sich selber Von der Seite Und so Alles natürlich Zinsiert Tralala Aber Jetzt 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 kommt Einfach nur Das Das geht Jetzt kommt Was Was wirklich Zu weit geht Also Ist vor kurzem Gekommen Ähm Der Verlierer Muss Ein Richtiges Glas 200ml Denke ich Oder so Ähm Halt aus der Toilette Trinken Also das Toilettenwasser Erstens Mega ekelhaft Also Das Dazu zu schauen Das finde ich einfach nur Mega ekelhaft Zweitens Es ist Mega dreckig Es Wird davon krank Ja Nicht unbedingt krank Aber Die Gefahr besteht Natürlich Und Ja Es ist halt Einfach nur Mega Mega ekelhaft Und Da Ich denke Das höre ich dann auch Das höre ich auch Auf An Aufzugucken Keine Ahnung Höre ich auch Aufzugucken Keine Ahnung So Weil Wenn da solche ekelhaften Sachen kommen Und so behinderte Sachen Dann höre ich aufzugucken Aber Ja Es gibt halt immer Leute Die sich schauen Also Die sind halt so So wie Stars Und Ja Und halt Stars Rett man halt nach Man sagt Uh Star Star Egal was sie machen Es gibt Leute Die folgen denen einfach Und Ich mache es Immer mit Klarem Verstand Also Ich Ich habe immer so So Machst du gute Sachen Gucke ich dich Machst du scheiß Sachen Gucke ich nicht Und es gibt Leute Die gucken einfach alles Egal wie scheiße es ist Auch wenn die schon verstehen Also scheiße sie gucken Also das finde ich einfach nur schade Und das Nutzen dann die YouTuber aus Und Benutzen sozusagen Ihre Abonnenten Ihre Zuschauer Und Verschlechen halt Ihre Qualität Natürlich einige YouTuber Die behalten Denke ich Ihre Qualität Oder so Wow Eine Hexe Wow Okay Ich habe die gekillt Aber Viele YouTuber Die machen einfach nur Immer schlechtere Videos Und so Und ja Das finde ich einfach nur schade Man kann da Viel mehr rausholen Also Ich Ich habe Mein Omix Quality Standard Und dem Versuche ich Immer Treu zu bleiben Falls Ich es nicht bin Erinnert mich doch Daran Bitte Dass Ich das mal Hier gesagt Habe Ich denke Ich habe das schon In vorigen Folgen gesagt Dass ihr mich rennen sollt Dass ich dem Omix Quality Standard Treu Bleiben sollt Ah doch Ja okay Ist alles okay Ich habe gedacht Ich kann den XP Danach später am Ambusters Abzugraden So ein Zombie Wo bist du Höh Höh Bist du unten Nein okay Keine Ahnung Irgendwo Oh hier kann ich ja noch Hier kann ich ja noch Mit Glowstone Ausleuchten Ja 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 Hier oben Irgendwie so Ja ja Das geht ja alles Ich habe ja noch ein bisschen Glowstone Aber ich habe es ausgekriegt Ja okay Dann nicht halt Jetzt Ja Also ich versuche mal Treu zu bleiben Na kacke Ach ja Na ich habe die Bücher ausgelegt Boah bin ich blöd Und das finde ich einfach nur schade Das finde ich einfach nur schade YouTube geht einfach nur kaputt Und deswegen habe ich auch mit YouTube angefangen Habe ich ja denke ich schon mal angesprochen Weil die Qualität geht immer weiter runter Und ich versuche zumindest alles zu machen Also am Anfang war meine Qualität auch Für den Arsch Also naja okay Nicht ganz mega für den Arsch Also da habe ich schon versucht So gut wie möglich zu machen Aber ich habe mich auf jeden Fall Gesteigert Und innerhalb von einem halben Jahr So liefere ich hier schon Ganz gute Videos ab Und so Und alles läuft hier ganz gut Oh Los geht's Los geht's Aber ich schaue Das merke ich irgendwie Also ich sage es jetzt mal Das ist alles doof Ist halt auch eigentlich über allem Leben Also das funktioniert Mittlerweile geht das nicht Ich spreche für die Mixer Ich spreche für die Mixer Ja richtig Zum Beispiel bei Facebook Die haben ja auch so Die haben ja auch so eine Video Plattform Jetzt gemacht und so Tralala Da Da kostet irgendwie 10 Likes Sich zu besorgen Oder so Also damit die Leute liken Oder so Im Durchschnitt Kostet da schon 10 Euro Und das finde ich einfach Nur viel zu Über Teuer Auf jeden Fall Also das ist einfach nur Das geht einfach gar nicht Also über YouTube finde ich noch Die Preise recht okay Für 5.000 Klicks Also falls die Klicks auch Real sind Dass die Leute auch wirklich draufklicken Das ist wirklich gut Eventuell Bediene ich mich an diesem Service Irgendwann mal Oder auch nicht Ich weiß es nicht Muss ich mal schauen Wie ich halt drauf Bock habe Ich brauche ein Ne Doch Ich mache es so Ich brauche Holz Ah ich wollte Holz abhacken gehen So jetzt geht es Holz abhacken Ja und ich beende denke ich das Thema Oh ne ich habe ja noch ganz viel Stein Klitschi 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 Klitsch 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 Ja also YouTube ist so eine Teufelssache Also einmal hier angefangen Und ja okay man kann ja auch Jederzeit aufhören Aber trotzdem Die Videos bleiben hier halt liegen Also ich kann einige Leute Sie haben aufgehört Einfach so batzen Aufgehört Einfach alle ihre Videos gelöscht Das kann ich ganz gut nachverstehen Also so kleine YouTuber Haben halt angefangen Haben gemerkt Ne das ist doch nichts für mich Und dann aufgehört Das kann ich ganz gut verstehen Also ich werde zum Beispiel Denk ich mal nicht machen Ich werde noch weitermachen Bis zum Tod Bis zum Ende geht das Ja mal schauen wie ich das halt Wie lange ich das halt mache Solange ich halt noch Bock drauf habe Das ist halt viel Arbeit Und dabei springt nichts raus Aber es geht für mich nicht ums Geld Also die YouTuber sagen das auch Also das stimmt zumindest Falls man es fürs Geld macht Dann kann man es sofort vergessen YouTube Weil es hängt halt sehr viel vom Glück Aber also falls man keinen Spaß dran hat Dann hört man schnell auf Also ich kann schon mal sagen Ich kenne einen Der hat das wegen Geld gemacht Also er hat gesagt Boah guck mal die großen YouTuber Die haben ohnehin Kohle Die kriegen auch voll viel gesponsert Das will ich auch Das will ich auch kommen Ich fange mit YouTube an Und der hat Cloverduty Commentaries gemacht Und so Und Ja Am Anfang ging es recht gut bergauf Aber danach hat er einfach Alle seine Videos gelöscht Und das war Dann war halt Ende Und dann wollte Dann Ja keine Ahnung Hat er halt einfach seine ganzen Videos gelöscht Oder auch privat gestellt Ich weiß es nicht genau Mehrware Ich wollte heute besorgen Holz oder Ja Ne Komm ich brauche es mal weiter Hat er halt alles gelöscht Und Ja Es finde ich eigentlich recht schade Dass er aufgehört hat Also ich fand eigentlich seine Videos Gar nicht mal so schlecht Aber das Aber das war halt so Standard Call of Duty Commentary Also das Also normalerweise gucke ich ja sowas nicht Aber da ich ihn kannte Hab ich das mal mir so reingezogen Das fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht Es reicht wenn er gute Gameplays raushaut Das fand ich auch ganz schön Aber Ja es war halt Standard Bei mir ist er halt eigentlich auch theoretisch Standard Aber Ich versuche mich von anderen zu unterscheiden Also Es wird auch gesagt Dass man auf YouTube etwas anbieten soll Also falls man erfolgreich sein will Was es noch nicht gab Was die Leute sehen wollen Was Ganz ganz neu ist Und Ja ich biete halt Gameplays an Wo ich hier kommentiere und so Tralala Ist halt nicht so neu Aber Ich mach das Also ich hab mich ja Um den Schlitz Ja Play Ich mag das Wort nicht Na okay Ja doch Ich mag es nicht Weil es einfach alle verwenden Einfach Jeder Jeder Verwendet das Wort Und wisst ihr Es Und dann Da kann man einfach alles machen Was man will Und wisst ihr Das Ist nicht einfach nur blöd Einige machen Kommen da einfach Und Ne Das geht einfach nicht Nein Ich will es einfach gar nicht kommentieren Sonst kommen gleich die Dislikes Und so Ne Ich lasse es einfach mal aus Also Ihr wisst das bestimmt Ich hab es zum Beispiel World of Things Let's Game Darüber erzählt Da so Noch frei und so Tralala Ich hab es auch kein Bock mehr Tausendmal zu wiederholen Ich denke ich hab es auch schon mal In Minecraft hier Gesagt Hier Die ganzen Let's Pisser Wie ich das immer so sage Jetzt hab ich es mal gesagt So Bam Jetzt kommen 10 Dislikes Oder noch mehr Keine Ahnung wie viele Ähm Ja Also Und ich hab mich extra Let's Game Also Let's Gamer genannt Also Let's Games Mach ich hier Also nicht Let's Play Nicht Let's Piss Sondern Let's Game Weil ich mich halt von denen Differenzieren will Weil ich halt Ähm Immer im Hinterkopf behalte Dass Zuschauer Qualität sehen wollen Und nicht einfach Irgendeiner Dass nur weil man irgendwie Fame hat Und es Leute gibt Die sich einfach jeden Schrott anschauen Und die dann aus Und dann ja nutzen halt die YouTuber Die Leute halt aus Und das bin ich einfach nur Einfach nur scheiße von denen Das will ich einfach gar nicht machen Und ja Ich versuche mich halt von denen zu Differenzieren Nämlich mich Let's Gamer nenne Äh Und damit immer im Hinterkopf behalte Dass ich hier Ein Gamer bin Weil Gamer Die gamen Das heißt Sie Spielen Professionell Gut Nicht einfach Komm ich lauf mal dahin Ach ich bin gestorben Ja manchmal Natürlich mache ich auch Ein bisschen Bullshit Aber Nicht andauernd Leute Nicht andauernd Ey Wie ich das Wie ich das bei den anderen gesehen habe Es geht einfach Gar nicht Sieht es auch wirklich so gut aus Ich gehe mal kurz nach unten Aber Die machen das andauernd Und sie machen das auch extra Weil sie wissen Dass sie damit die Zeit Schinden können Also Zeit in die Länge ziehen können Und Damit halt Klicks Sich Ja Mehr ergattern können Oder was Ne das kommt ja auch gar nicht hin Der Tor müsste ein bisschen höher sein Könnte ich halt damit Ein Klicks Holen Und so Und das finde ich einfach nur Oh ne ich hab ja halb steps Einfach nur scheiße von denen Und ja Ach ja Das ist einfach nur kacke Das ist Ne warte Das kommt dann nicht hin Nein So Das ist nicht einfach nur kacke Und ich Hab mich halt Let's Gamer Genannt Also Let's Games Mach ich hier Nicht normale Let's Piss Und mich haben schon einige Leute Gefragt Wo liegt denn der Unterschied In einem Let's Game Zu einem Let's Play Und der Unterschied Ist eigentlich Gar nicht einmal So groß Also wenn man so bedenkt Ist er eigentlich gar nicht mal so groß Ich spiele Und ich kommentiere Aber 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 jetzt Jetzt kommt das große Aber Dieses Kommentieren Das ist nicht einfach Irgendwie etwas Sondern ich versuche auch Dabei gut zu spielen Weil Die ganzen anderen Leute Also die Zumindest kommentieren Und so Die spielen Schlecht Und ich denke auch Extra schlecht Weil Weil ich da gesehen habe Kann man einfach nicht so schlecht spielen Entweder Ich spiele gut Also ich spiele schon seit Wie vielen Jahren Ja Fünf Sechs Jahren Habe ich angefangen zu zocken Oder seit sogar vier Jahren Ja Vier Ja doch Schon seit vier Jahren Habe ich angefangen zu zocken Nütze ich am PC Zocke und so Also Ich weiß wie es geht Also bei mir Keine Frage Also ich Ich kann mich Fast an jedes Spiel gewöhnen Also außer Ich mag so Real-Time-Strategy-Games nicht Weil da muss man viel klicken Und so Äh Mag ich halt nicht Da geht Da tut mein rechter Finger weh So D-d-d-d-d Ganz Will die ganze Zeit klicken Darauf habe ich einfach keine Lust Ähm Sieht's auch wirklich so gut aus Ja man kommt runter Aber sieht's auch wirklich so gut aus Ich denke Ich denke Ich denke Ne Da sieht auch kacke aus Nein 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 Es geht weg So Ja also Ich kann eigentlich Jedes Spiel spielen Also egal welches Spiel Also ihr könnt ruhig in die Kommentare schreiben Welches Spiel ich Mal spielen soll Ich werde es auf jeden Fall mal schauen Ob ich es mir hole Also so mega teure Spiele Jetzt zu holen Also meine Budget Also ich bin jetzt hier nicht Ober Pro Reicher Typ Der Kohle ohne Ende hat Wie die ganzen YouTuber Also ich Zum Beispiel so neue Spiele Die gerade rausgekommen sind Die kaufe ich mir normalerweise nicht Weil die sind einfach viel zu teuer 60 Euro für ein Spiel ausgeben Okay ich kenne da Seiten Also kennt ihr bestimmt auch So Go to Play Oder so Das sind übrigens legale Seiten Also denke ich mal Aber nee Die sollten legal sein Also die Seiten sind legal Weil Weil es gibt davon so viele Seiten Die sowas anbieten Dort kann man die Spiele für 30-40% billiger holen Als sie normalerweise Neu kosten Und so Tralala Also ich finde das einfach Ein bisschen zu teuer Also für mein Budget ist es ein bisschen zu teuer Diese 40 Euro Oder wie die da Wollen Vom Spiel Und Ja so ganz neue Spiele Spiele ich dann normalerweise nicht Aber ihr könnt mir ja reinschreiben Welche Spiele ich mal anspielen soll Also ich habe ja zum Beispiel Far Cry 4 vorbestellt sogar Uh 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 Ja ja Ich habe es mir sogar vorbestellt Das war mal eine ganz große Ausnahme Die ich mal gemacht habe Und City Skylines habe ich denke ich auch mal Vorbestellt oder Ja habe ich auch denke ich Ja Nee habe ich nicht Nee nee Ich habe es ein paar Tage später mir geholt Für die Challenge mit dem Gronkh Aber der hat ja gesagt Der hat ja Beziehungsweise er hat nichts gesagt Der Typ Äh ja Das ist halt Standard Ich bin so beschäftigt Du Habe ich ja Angst Ähm Mal so hier Äh ich denke so ist richtig Jaja So Und ja so läuft das YouTube Leben Es ist halt scheiße Dreckig Schwer Und kacke Aber was soll's Es macht Spaß Hihi Solange es Spaß macht Ist alles scheißegal Jaja So läuft das Leben Also YouTuber haben eigentlich kein Easy Life Also Sie müssen hart reinhauen Und so Ich 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 bin so